Ladies and Gentlemen, heute ist es endlich soweit. 2011 haben wir zum aller 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 ersten Mal Ratchet & Clank gespielt, beziehungsweise damals noch als Let's Play auf YouTube. Doch heute ist es endlich soweit. Nach zehn Jahren und dreimal Ratchet & Clank 1 und zweimal Ratchet & Clank 2 werde ich es heute endlich tun. Ich werde zum ersten Mal für euch, hier seht man es quasi, 10th Anniversary, ja es ist ein 10th Anniversary, weil ich vor zehn Jahren zum ersten Mal für euch Ratchet & Clank gespielt habe, werde ich zum aller ersten Mal Ratchet & Clank 3 spielen. Ja, Ratchet & Clank 3 ist mein Lieblings-Ratchet & Clank-Teil und doch habe ich es zehn Jahre lang vermieden, diesen Teil für und mit euch zu spielen. Ist es unglaublich. Heute wird es tatsächlich endlich passieren, lesen wir nun circa 20 Uhr wie immer live auf Twitch. Ich hoffe, dass ihr an diesem denkwürdigen Tag dabei seid und nicht nur das, gleichzeitig gibt es sogar noch etwas anderes anzukündigen, das mit den zehn Jahren zu tun hat. Und darauf könnt ihr schon sehr gespannt sein. Heute Abend um 20 Uhr im Stream.